So, fertig ist der Rechen und jetzt den wir den da hinten noch reinklopfen zum Schluss, ja und jetzt sind ja da die Zacken drin und jetzt habe ich da auch viel mit den Steunern da geschafft zum klopfen so, klopf, klopf hinein, damit es den nicht mehr raus drückt, das ist ja logisch, ja, muss man es irgendwie unterfüttern mit dem Stein, und schwuppdiwupp hat man einen prima Rechen, ja, das Feine vielleicht, also ich finde den cool, den kannst du dann rumdrehen und dann kannst du da alles wieder schön machen, da hinten, weißt du, so, kann man schön rechen und dann umdrehen, vielleicht das kurze für das steinige Gelände, ja, und dann kann man da einwandfrei mitschaffen mit dem schönen Rechen, mein erster Rechen aus Rubinie, glaube ich, oder Esche, da bin ich mir noch nicht so ganz so sicher, auf jeden Fall ist er ziemlich kähl worden, und, äh, wenn du auch so ein Rechen willst, dann kannst du dich melden, Ahoi Kameraden